Ja, die ganze Welt steht wegen des Coronavirus aktuell ziemlich still und so natürlich auch der Motorsport. Wir haben viele Freelancer, die im Motorsport arbeiten und die trifft es extrem hart, weil die haben plötzlich kein Einkommen mehr und deswegen wirklich schwierige Zeiten. Genau den Menschen würden wir gerne helfen mit unserem Projekt Hashtag Race Home. Das wir jetzt in ganz kurzer Zeit zusammen mit Audi aufgesetzt haben und was extrem cool ist, dass meine fünf Audi DTM-Fahrerkollegen direkt zugesagt haben und ich so mit denen ja jede Woche auf der Playstation virtuell Rennen fahren kann und das Ganze und das ist das Wichtigste für einen guten Zweck, um hoffentlich so viel wie möglich an Spendengeldern einzusammeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Idee von unserer Charity-Rennserie toll findet, aber vor allen Dingen, wenn ihr sie verbreitet, das ist ganz wichtig. Und vielleicht hat ja sogar jemand von euch Lust, gegen uns anzutreten virtuell. Und wie das Ganze funktioniert, alle Infos zu dem ganzen Thema, findet ihr auf der Homepage racehome.rcco.ag. Viel Spaß, ich hoffe, wir sehen uns und bleibt gesund.